Hallo, hier ist Christian. Hi, und hier ist eure Selina. Heute spielen wir zuerst ein Spiel. Christian möchte sich Augen zumachen und kriegt im Elisabethpark eine Überraschung. Also, wir fangen einfach mal an. Schließe deine Augen und los geht's. Ich habe aber Angst, kurz. Er hat Angst. Naja, egal. Lauf vor. Wenn Menschen kommen, sag ich ihm das nicht, in den Fluss laufen. Du sagst, wenn ein Mensch kommt. Na? Du sagst, wenn ein Mensch kommt. Sehr lang. Kann ich nicht, dass du die Augen aufmachen bist? Nein, kannst du nicht. Aber die Augen würde ich in den Händen aufmachen. Das kannst du machen, wenn du nicht guckst. Du darfst nicht wissen, wo du dann bist. Okay. Ach, Christian, ich sag mir noch mal, da ist unser Freund, den wir vorhin auch schon... Ey! Er hat die Augen auf. Mann! Und ich sehe ihn nur stolz so. Das ist doch viel egal. Er muss die Augen zumachen, sonst ist es kein Spiel. Sonst kriegt er Schraubbogen und kriegt keine Überraschung. Ach, Jörg. Ich habe Angst, ey. Lauf! Du hättest auch Angst, wenn du die Augen zumachen hast. Nein, habe ich mit meiner Freundin Mia auch schon mal gemacht. Ich laufe mir jetzt mal diesen Zort entlang. Vorsehen. Nein, nicht zur Wasser. Nicht ins Wasser. Er will jetzt auf uns Wasser gelaufen. Er hat mir nichts. Sag nicht, wenn er links. In der Mitte. Also mal weiterlaufen. Ich hätt mir in den Augen. Es kommen da vorne gleich Menschen. Also bitte jetzt nichts sprechen davon. Ich sag dir, wenn. Ne? Immer... Immer gerade... Auslaufen. So, Menschen voraus. Bitte leise sein. Wenn sie dann nicht mal atmen, dann soll ich dann sein, dann soll ich es nach mir. Gibt auch eine Woche. Dann soll ich dann... Und sonst... Sie sind weg. Ich kann die Augen nicht so lange zumachen, dass ich... Jetzt kommt eine... Egal. Wir sehen, ob du die Augen zu hast oder nicht. Zuhören kann ich doch mal kurz. So ganz schnell. Nein. Dann weißt du, wo du bist. Und lauf nicht so in der Mitte. Nicht so weit aus rechts. Irgendwann knallt der echt mal ins Wasser. Ich auch. So. Bald haben wir es geschafft. Wir sind gleich da. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich will. Und die Wasserblätter? Also sind wir in der Nähe von... Nicht! Also sind wir in der Nähe vom Fluss, wo der See so läuft runter, so los wie der Stein. Komm, komm, komm. Wo läufst du hin? Und dann lauf ich eben da lang. Links, 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 links. Jetzt läufst du dich fort. Keine Angst. So, jetzt geht's los. Also, du musst jetzt mal das Handy in die Hand nehmen. Halt dein Handy. Halt dein Handy. Halt. Halt. Und jetzt halt ruhig fest. Setz dich hin. Setz dich. Nein. Beide unten durch. Nein, warte weiter vor, weiter vor, weiter vor. Krass, du hast den Angaben. Ich hab's den Tag gesehen. Los, hinsetzen. Setz dich, setz dich, bleib. Ich nehm das Handy. Das ist jetzt Überraschung. Ja, jetzt kann ich die. Ja, ich hab's den. Wir filmen, mein Verbrechtel, was? No. Die Schuhe. Öffn deine Augen. Ein Euro. Er hat ein Euro geschenkt gekriegt. Wo hast du das hingekriegt? Hab ich versteckt? Ich fäll' ihn so vorne was. Ich will mal unsere Freunde filmen. Das ist unser Freund, der ist ja irgendwo. Der ist schon hingekriegt, ganz nett. Komm her, ein Euro. So, gleich geht's weiter. Wir müssen jetzt noch mal kurz ein Stück laufen. Und erstmal tschüss. Bis dann. Ja, bis dann. Hallo, hier sind wir wieder. Und hier ist es so lieber. Und wir machen jetzt eine Kissen-Schlacht, bro. So, wie viele Kissen hat jeder? Ähm, nein, jeder hat nur ein Kissen. Das reicht doch. Ein Kissen. So. Wir verhauen uns jetzt. Und ich, wir legen mal die Kamera hin. Und Candy ist auch dabei. Candy ist... Wir machen hier. Ey, komm. Wir machen... Ich wollte sagen, wir machen... Candy ist das Erhol-Liebwings. Ja, genau da, wo du sitzt, machen wir das. Ja. Und wir HERE. did 일반 werden? Wir machen jetzt so much TD-RF. Und ich fühle michən. Und ich fühle mich von dir. Und ich fühle mich wenn es jetzt vidéos ist. Und ich fühle mich哦! Vielen Dank.